hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute machen wir mal eine FIFA 17 Challenge und mit dabei ist der liebe Odi und wir machen heute mal eine Challenge und zwar dürfen wir kein Tor im Strafraum schießen und ja dann lasst die Challenge mal beginnen so los geht's hier also wie gesagt die Regeln sind eigentlich einfach wir müssen einfach nur probieren nicht im Strafraum zu treffen oder außerhalb zu treffen und es ist eigentlich keine schwierige Aufgabe also es ist doch schon schwierig aber es ist nicht schwierig zu verstehen und ich bin schon im Strafraum okay komm wenn du im Strafraum ein Tor machst dann musst du ein eigenes Tor machen ja so machen wir das neuerlich schon die erste Chance es ist ein bisschen Scheißwetter Regen Marta Scheiße ich bin schon im Strafraum ach man ach man ach oh ja Lektarien ach man ach man ach komm schon Marta ah nein ich bin im Strafraum ich bin im Strafraum also wie machen wir das jetzt bei Ecken? Müssen wir das dann außerhalb machen? ja wie soll das denn gehen? als ob was ist das? komm blind komm blind oh nein oh nein scheiße ich glaube das ist ja nicht richtig ja deine erste Chance ja ja oh scheiße das war scheiße komm Ypa ach man ach man übrigens Leute ich weiß Ibrahimovic ist verletzt aber das ist ja hier in Fifa egal also wir können ja alle Spiele nehmen egal ob sie verletzt sind oder nicht oh shit oh nein als ob der den nicht kriegt boah das war die erste riesige Chance du darfst aber nicht schief oh oh Mann ich wusste dass ich kein Widerste schieße ich hab schon also vorher kein Glück gehabt da was mach ich denn jetzt oh 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 nein er darf nicht zum Schuss kommen na gut also war das abgefailed? ja war abgefailed ne war nicht abgefailed ok komisch oh 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 nein die Latte wie bei dir scheiße und komm schon komm schon komm schon was mach ich ich darf doch sagen wenn jetzt irgendwie wieder nach draußen denken das hat nicht so geklappt na schätze jetzt haben wir noch Platz jetzt haben wir noch Platz oh 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 alter oh alter oh 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 ja das war echt gut scheiße oh was ok ok ich muss zugeben ein herrliches Tor oh danke das muss man zu machen also da war echt da war Zucker das muss ich zugeben und den kann man eigentlich auch halten oder wenn der schon so ist ja ich hab eigentlich damit nicht gerechnet dass er noch so gut aus zu ist nein oh das war sogar nicht schlecht oder Golden Golden ja wohl jetzt gehts auch immer los ok komm schön mit der Hacke ja 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 1-2-1 so also 1-1-2 Halbzeit ein sehr spannendes Spiel momentan und ähm wir haben zwei schöne Tore gemacht und weiter gehts so weiter gehts ok fängt direkt schwungvoll an na nicht schlecht na das ist gut schlecht nein nein kommt schon oh und es leckt grad nicht gut und überall kommt man nochmal an oh schau doch mal auf ok und jetzt kommt Ibrahimovic ja das ist so scheiße ey ich kann immer wieder schön du ein bisschen weiter vorläufst im Strafraum dann würdest du sie so easy treffen aber nein man muss ja aus der Ferne treffen übrigens Leute wir sind nicht die besten Profis äh was ist das denn für ein Satz wir sind nicht die besten Profis ich bitte das um zu entschuldigen und ja also hier schon mal die nächste Chance aber jetzt wirds echt interessant muss ich mal sagen oh ja starker Pass aber etwa macht er jetzt oh 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 jawohl das ist 2 zu 1 und der Torschuss der war es die Frage ne ne die Gitarian so 2 zu 1 jetzt habe ich wieder ein bisschen Druck abgebaut scheiße ja das war ne Einladung jetzt ja das auch hehehe ich bin wieder mit Ifra durch hier ja scheiße alter ich habe eigentlich gar nicht gewollt ich sollte eigentlich den Ball treffen ah scheiße drei Stöße kann ich nicht so die Gitarian mal fahre mal 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 komm 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 die Verletzungen der Sauer ich war im Strafraum und Amrata ist gut. Steht da gut. Das ist ja schon die 85 Sekunden. Eine Chance kriegt man auf jeden Fall. Das hat sich verletzt. Und setzt sich durch. Ich glaube das geht auf jeden Fall. Ist hier noch nicht Schluss. Ich glaube der Regen verursacht irgendwie die Internet. Nein! Was? Was war das denn? Hier nochmal ein Zeitlook. Nein! Was war das? Schiri! Wieso pfeift er denn nach? Alter ich hab den voll ins Tor genebelt. Scheiße. So irgendwie ist die Aufnahme abgekackt. Aber trotzdem. Wenn ihr Bock auf noch mehr solche Challenges habt. Dann könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Oder vielleicht sogar ein Abo. Würde mich sehr freuen. Das war's jetzt mit dem Video. Und wenn ihr Bock auf ein Rückspiel habt. Dann könnt ihr es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Bis dann! Ciao! Musik